Hallo Leute, hier ist wieder euer Reaper. Heute gibt es wieder ein neues Tutorial für euch und zwar das Musik E-Stack Tutorial auf der neuen Exit Zombie Karte Infection. Denn dort müsst ihr wieder drei Gegenstände aktivieren, das ist in diesem Fall drei Raketen und wenn ihr das getan habt, dann hört ihr wieder einen neuen Musik E-Stack Song. Ich werde euch in diesem Video zeigen, wo ihr die Gegenstände findet, die ihr dazu aktivieren müsst und somit fangen wir gleich an mit dem ersten Gegenstand an. Die erste Rakete findet ihr, wenn ihr vom Spawnraum aus in die Tür lauft, neben dem Stromgenerator und wenn ihr euch dann nach links haltet, findet ihr auch schon den Exoslam Automaten. Und genau rechts neben diesen Exoslam Automaten an der verschlossenen Tür findet ihr auf dem Boden die erste Rakete. Ihr könnt diese aktivieren mit eurer Aktionstaste, das ist auf der Xbox die X-Taste, auf der Playstation die 4-Taste und auf dem PC normalerweise die F-Taste, je nachdem ob ihr dort irgendwas verstellt habt an eurer Standardeinstellung. Und somit habt ihr auch schon die erste Rakete aktiviert und dann hört ihr auch schon den Sound, den ich euch hier mal abspiele. Der nächste Gegenstand findet ihr, wenn ihr vom Anfangsraum aus durch die andere Tür lauft und dann einfach euch rechts haltet, zu diesem Haus geht und dort ist ja in diesem Haus eine Waffen-Upgrade-Station. Und genau gegenüber von dieser Waffen-Upgrade-Station befindet sich ja ein Regal und in diesem Regal ist eigentlich schon ganz gut sichtbar die nächste Rakete. Aktiviert diese wieder mit eurer Aktionstaste und ihr hört diesen Sound. Der letzte Gegenstand oder die letzte Rakete befindet sich dann beim Burger-Town-Restaurant und zwar auf dem Dach von diesem Burger-Town-Restaurant. Dort befinden sich ja einige Stromgeneratoren und zwar haltet euch einfach an diesen großen Burger, der sich ja oben befindet, wo sich ja auch eine Leiter befindet. Und genau auf dieser Seite befindet sich an der Wand von diesen Stromgeneratoren, da ist ja so eine kleine Luke und da müsst ihr einfach euch reinschauen. Und da befindet sich dann auch rechts an dieser Wandlehne die letzte Rakete. Wenn ihr diese aktiviert habt, dann hört ihr wieder einen Sound, den hört ihr kurz hier. Muss nachladen! Und nachdem der letzte Sound ertönt ist, fängt auch schon der Song an. Ich werde euch diesen Mal nicht hier abspielen, denn ich habe schon mal mit dem letzten Song ein Problem bekommen. Aber eigentlich müsst ihr dieses Lied schon kennen, denn es ist aus einem bekannten Film genommen und es ist eigentlich ein ziemlich bekanntes Opernstück. Und deswegen hört euch einfach das Lied selbst an, wenn ihr das selbst ausprobiert, das Easter Egg. Und somit wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen. Bis zum nächsten Mal, euer Reaper.